ist das die DAX Analyse für nun Montag den 4.9.2023 und das allererste mal dass ich selber aufs Titelbild vom DAX geschafft habe aber ich wollte euch ein kurzes Lebenszeichen von mir geben mir geht es wieder ganz gut der ein oder andere hat es ja schon vernommen hat bei uns auf die Website geguckt und dort hätte meine Frau gleich am Dienstag noch geschrieben dass ich verunfallt war habe am Dienstag gleich noch eine OP bekommen kurz erklärt bin ich bei Sanierungsarbeiten am eigenen Haus aus dem Dachgeschoss gefallen acht Meter in die Tiefe gestürzt und habe mir ja die Wirbelsäule gebrochen als die ersten Wirbel der Wirbelsäule gebrochen die Füße gebrochen das Bein gebrochen durch Sprunggelenk und alles was man sich so brechen kann also richtig schön unten aufgedauzt und interessanterweise nicht mal durch Dummheit oder Unachtsamkeit es war einfach ein unglücklicher Zustand dass ich ein abgehendes Baumaterial im Reißverschluss meiner Jackentasche verhangen hatte und dann hat mich einfach hinterher gezogen ich bin nach unten geballert meine Frau war nach unten die sollte das dann wegräumen was da runter fliegt hat mich quasi aufkommen sehen und dann gleich Notruf gerufen bin ich bin Hubschrauber ins Krankenhaus haben sich direkt operiert mit Verdacht auf Querschnittslähmung das konnten sie aber verhindern habe jetzt schöne Metallplatten zwischen den Wirbel den gebrochenen Wirbeln der Wirbelsäule und dem Rückenmark haben sie also alles hinbekommen und alles wird wieder heil auch meine Füße sieht alles ganz gut aus alles schon wieder abgeschwollen die ersten physiotherapeutischen Bewegungen kann ich schon wieder kann schon Rollstuhl fahren sitze jetzt auch aktuell im Rollstuhl mache hier die Station quasi unsicher kann so wie es aussieht wahrscheinlich sogar Montag Dienstag schon wieder raus mit bisschen Glück könnte mir die Daumen drücken kann ich sogar mit einem Vorfuß Entlastungsschuh auf dem einen Bein laufen dann könnte ich nämlich Rücken kriegen ist aber eigentlich mir auch eigentlich ein bisschen egal ich kann mit dem Rollstuhl das gleiche machen was ich sonst auch mache das ist das schöne beim Trader er braucht noch seine Augen seine Pfoten und ein bisschen die Birne und von daher bin ich überhaupt nicht eingeschränkt kann all das machen wie bisher und deswegen hatte ich auch gleich am Mittwoch Dienstag ich glaube sogar schon am Dienstagabend habe ich schon die ersten Kommentare wieder im Chat auf die Website geschrieben dann gab es am Mittwoch schon wieder Updates im Premium Dienst ich war aber so fertig abends immer das heißt ich habe einfach die Morgenanalyse nicht 22 Uhr geschafft ich bin immer ich glaube 21 Uhr 21 23 Uhr schon eingeschlafen deswegen sieht es mir nach dass die paar Tage keine Morgenanalyse gab ich hatte bei uns im Chat auf der Website immer mal ein bisschen was reingeschrieben wer das nicht kennt money-monkeys.com das ist ja unsere eigene Website dort haben wir auch einen Chat dort kann man mit uns sprechen reden und das ist für mich halt so die erste Anlaufstelle wenn wenn irgendwo was ist wenn ich irgendwas mitteilen will dann dort und ja da haben wir auch unseren Premium Dienst und so weiter und so fort also alles ist gut alle tief durchatmen ich werde wieder ich werde bald wieder laufen mir ist stinke trotzdem langweilig hier im Krankenhaus das schlimme ist da ich jetzt an euch auch ein bisschen noch ein paar Wochen gebunden bin wird das zuhause nicht anders werden das setzt mir bitte nach wenn ich wenn ich dann aus langer Weile Morgenanalysen Updates und sonstigen Trading Kram erstellen muss kann möchte demzufolge wird auch das das Seminar natürlich stattfinden das haben wir am 23 24 September normal hätte ich im Bürostuhl gesessen so sitze ich halt im Rollstuhl aber ich bin geistig nicht eingeschränkt und ja eigentlich also wir kommen auch mit dem Rollstuhl ganz gut zurecht klappt eigentlich alles was ich so mache außer dass man überall ein bisschen länger braucht ein paar Minuten und ein bisschen mehr Platz vor allen Dingen braucht auch aber alles wird alles gut alles gut teilt alles wieder bin noch jung sagen die Ärzte ja alle meine Knochen die kriegen das wieder hin und von daher können wir uns wieder um Dachs kümmern ich bin auch der Meinung ich habe euch ganz gut raus gelassen noch am Dienstag wir hatten in der Analyse für den Dienstag ja besprochen mit den zwei Kästchen dass der Dachs da locker noch 950 und selbst 16.000 easy noch erreichen kann solange er über 800 bleibt wir hatten gesagt wenn er unter 780 fällt dann abwärts wenn er über 800 bleibt schafft er easy noch 950 und 16.000 ist mir auch ein bisschen selber zugute gekommen hat sich der Krankenhausaufenthalt für mich finanziert ich hatte nämlich selber noch ein kleines Lönchen drinnen im eigenen Depot und abends abends aufgewacht da war dann dick im Plus war ein kleines Stop Loss gehabt der wurde nicht ausgeführt und hatte keinen Tech Profit drin und er hat einfach gelaufen und gelaufen ist quasi der Krankenhausaufenthalt auch bezahlt bei mir gewesen also in dem Sinne eigentlich alles alles gut für die Familie großer Schreck gewesen auch für Freunde und so weiter und so fort die haben da mehr drunter zu leiten als ich jetzt momentan auch meine Frau die das ja live gesehen hat wie ich da auch Meter Höhe auf dem Boden aufklatsche die wird da sicher noch ein paar schlaflose Nächte von haben aber das wird alles wieder nichts was nichts wieder wird und von daher kann man wirklich sagen Glück im Unglück gehabt und ja wir haben jetzt gesehen dass wir auf jeden Fall das Kästchen oben erreicht haben sind jetzt oben einmal angelaufen haben auch sichtbar eingedreht das ist wirklich noch eine auffällig rote Kerze gewesen hier oben von der 16.000 hat sich Mühe gegeben uns zu zeigen dass er über 16.000 nicht weiter möchte und jetzt auch erst mal gut nach unten angezogen also auch für die die im Premium Dienst sind auch der Freitag wir haben früh geschrieben 929 939 Reaktionszone oder nicht mal im Premium Dienst haben wir sogar im Chat geschrieben im öffentlichen Chat als Kurzmorgenanalyse ich habe ja Kurzmorgenanalyse in schriftlicher Form abends immer in den Chat noch reingegeben auf meiner Seite haben wir geschrieben 929 schöne Reaktionszone und 830 schöne Reaktionszone beides noch bedient also ist mir wirklich sehr knetig gelaufen jetzt hier seit meinem Sturz und ja das wird jetzt interessant zum Montag denn wenn unser Tags unter 900 bleibt also ich würde wirklich die Kante auf 900 bis 929 setzen das für mich so die Make-or-Break-Stelle für den Montag er dürfte in meinen Augen kurz nach oben anziehen zum Start auch eine positiv Exeter-Eröffnung das würde mich gar nicht stören selbst ein Abwärtsskip würde mich überhaupt nicht stören rein in die 929 dort kurz rein umdrehen früh umdrehen am besten noch vor 39 umdrehen ähm wieder zurückroutern Gap zu machen und dann kann der den ganzen Tag nach unten arbeiten und dann hätte der unterhalb von 800 nämlich noch Platz wieder auf eine hier diese kleinen Hochs draufzusetzen das ist dann 770 das ist aber auch 740 und äh 680 790 diese ganzen Bereiche kann er wieder von oben anlaufen wenn er unter der 900 bleibt und sich dort wieder runterdreht ja das heißt ich persönlich würde eher unter 900 sogar Short-Chancen suchen das heißt bitte nicht dass ich gegen grüne Kerzen gegenschorte aber wenn sich Short-Setups ergeben in der Bewegung beispielsweise er macht eine Erholung dreht sich ein drückt eine schöne rote Signalkerze weg dann würde ich Short suchen und immer wieder probieren auf ein tieferes Tief runter zu Shorten dort vielleicht sogar erst mal Teil gewinnen nehmen Rücklauf abwarten weiter in der nächsten Erholung die nächste Bewegung suchen nach unten und mich hier einfach wieder nach unten orientieren ja er könnte jetzt durchaus hier im Verlauf wenn er unter 900 bleibt weiter runter drehen und gut und gerne die ganzen Bereiche wieder abarbeiten die wir die letzten Tage und Wochen immer wieder gesehen haben sollte er das nicht hinkriegen und er drückt sich klar und deutlich über 39 raus heißt es für mich mit Short-Vorsicht weil er oberhalb von 900 für mich eher das Potenzial kriegt wieder zur 16.000 zurück zu laufen und zur 16.250 dieses Gap hier guck mal im Tageschart dieses Gap da das wäre für mich Hauptaugenmerk wenn der Markt hier jetzt in der kommenden in der Verfallswoche vor allen Dingen ja auch oberhalb der 15.900 hoch geht wir haben Verfallswoche es wäre auch denkbar dass wir sehr 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 stark an die 16.000 gekettet werden das ist einfach psychologische Marke die die ganzen Verfallstage immer wieder ich glaube das war auch nee kann nicht sein aber wir hatten hier Verfallswoche ist der Markt unheimlich stark auf der 16.000 rum getanzt das wäre auch denkbar sollte man auch im Hinterkopf behalten ist aber für mich nur relevant wenn der Markt über 15.900 notiert ja und dann rechne ich wirklich damit dass wir an die 16.000 rangehen ich rechne damit dass wir an der 16.000 wirklich auch Zeit verbringen können vielleicht auch mehrere Tage oder einfach zur Seite immer wieder rumhampeln und dass wir Potenzial hätten oben in die 16.250 reinzustechen ja und so können wir es eigentlich sogar relativ kurz fassen hier meine Erwartungshaltung für den Montag und die die nächsten Tage also kurz und knapp über 15.900 immer wieder rein in die 16.000 und mit Potenzial 16.250 zu erreichen drückt es sich aber weiter da hat er das Zeug hier definitiv die ganze Bewegung nochmal nach unten wieder zurückzuarbeiten Stück für Stück Meter für Meter tieferes Tief für tieferes Hoch für tieferes Tief für tieferes Hoch ja ansonsten auch Hinweis ich glaube habe ich es jetzt schon gesagt vor oder nicht Seminar Seminar machen wir wie gehabt doch ich habe gesagt mach mal aus dem Rollstuhl ähm ist demzufolge nach nicht anders wie sonst wer da Interesse hat schreibt einfach eine Mail an Seminar at money-monkeys.com oder guckt auf unserer Website da steht es auch überall nochmal oder schreibt uns einfach irgendwie eine Mail ich habe auch drei Mails ich habe auch gesehen der Kai hat schon dreimal nachgefragt hat allerdings gerade mein Sturzflug erwischt er hat von mir noch keine Antwort bekommen vielleicht komme ich heute noch dazu ich würde jetzt einfach abwarten was jetzt heute alles an Mails reinkommt und das ist auch in aller Ruhe wie es ja passt ohne mich zu stressen dann beantworten ähm bekommt aber jeder noch eine Mail ich glaube drei Anfragen hatte ich jetzt noch drin die hatte ich noch nicht beantwortet es sind auch noch Plätze da ja es sind noch Plätze da Seminar ist online wir haben eine Abendveranstaltung das hatte auch jemand per Mail gefragt ähm das heißt wir sitzen abends nach dem Seminar noch zusammen auf komplett freiwilliger Basis ich setze mich hin mache ein Bier auf wir erzählen noch ein Stündchen was dann so einfach so ohne jetzt direkt am Chart zu kleben ihr habt während dem Seminar während dem Online Seminar die Möglichkeit mit mir eins zu eins auch zu sprechen wir können uns in ich sag mal eine Art zweiten Raum verschieben können individuelle Fragen beantworten ansonsten ist das Ganze auch interaktiv gelagert das heißt ich stelle euch auch Fragen na ähm ihr könnt ein bisschen üben ihr werdet ein bisschen mit eingebunden ihr müsst mir zeigen dass ihr das versteht denn auch wenn es ein Online Seminar ist und kein vor Ort Seminar möchte ich trotzdem die gleiche Qualität mit geben wie wenn wir es vor Ort machen und vor Ort lasse ich keinen gehen von dem ich mir nicht sicher bin dass er versteht was ich von ihm da will ich möchte dass ihr das selber anwenden könnt das hier ich möchte dass ihr selber Analysen erstellen könnt und wir werden auch zum Seminar selber wieder eine Analyse erstellen für den nächsten Tag die ihr dann macht ja und ihr werdet merken wie leicht das einfach ist wenn man weiß was dahinter liegt ich bring euch eigentlich das alles bei was dahinter ist aber eben nicht nur das sondern auch diesen ganzen Trading Arm ja A musst du erstmal lernen wie prognostiziere ich den Markt wie wert ich den Markt wie erstelle ich wo kann er drehen wie kriege ich diese ganzen Linien hin diese Punkte die dann immer wieder drehen wie komme ich darauf dass der Markt eben Freitag auf 8.30 nach oben zuckt auf 8.20 und nicht auf 8.30 ne andersrum auf 9.20 nicht auf 9.30 oder auf 8.30 nicht auf 8.20 ja sowas machen wir aber eben auch ganz konkret dann wie trade ich das denn genau wo setze ich denn mein Stop Loss dass das Sinn macht wo gehe ich mit meinem Take Profit hin ja wie mache ich wie baue ich mir ein eigenes Setup man sich einfach hier ein bisschen was rausziehen kann auf dem Markt das ist Zielstellung vom Seminar und damit ich das hinkriege muss ich mit euch sprechen ja viele denken immer was hier so Bandansage aber ist es bei uns nicht ja es ist auch live ja es ist nichts aufgezeichnetes aber ihr bekommt die Aufzeichnung ja das heißt derjenige der vielleicht das war auch eine Frage per Mail der zwischendurch mal weg müsste könnte sich den einen Blog den er verpasst dann auch im Nachhinein nochmal in der Aufzeichnung anschauen ich würde euch aber grundsätzlich empfehlen nach dem Seminar so und so das komplette Seminar auch ruhig vier Wochen später nochmal komplett in der Aufzeichnung nochmal selber für euch nochmal wieder anzuschauen weil ihr werdet merken ihr werdet Dinge anders betrachten nach dem Seminar als ihr sie vorher betrachtet und das hat aber zur Folge dass ihr bei einem zweiten Mal hören von dem Seminar auch andere Sachen versteht noch die ihr beim ersten Mal noch gar nicht verstehen könnt weil euch die Basis noch fehlt ne das Seminar macht man das jeder Anfänger egal ob Anfänger oder Profi ich bringe alle auf einen Stand ja bringe euch meine Denkweise bei meine Art und Weise den Markt zu lesen und zu verstehen und dann wie man damit umgeht und ich merke das immer dass Leute beim ersten Mal dabei sind am zweiten Blog ein bisschen hadern aber wenn sie das so ein paar Wochen später sich nochmal angucken dort dann viel 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 mehr rausholen können und die Aufzeichnung gibt es auch kostenlos dazu die könnt ihr euch so oft angucken wie ihr wollt die bleibt unendlich zeitlich begrenzt drin das heißt auch wer komplett verhindert ist und krank wird oder was sie können das Tage Wochen später nochmal angucken Monate später nochmal angucken wer da kommen möchte einfach eine Mail schreiben Seminar at money-monkeys.com das ganze ist am 23. 24. September haben wir jetzt die letzten Wochen Tage ein bisschen weniger in den Vordergrund gehoben aber es sind tatsächlich noch Plätze frei ja und schreibt gerne eine Mail dann kriegt ihr ganzen Ablauf Kosten wo wie was kriegt ihr per Mail geschickt und dann könnt ihr mir sagen ja oder nein klären wir alles weitere ab und dann kriegen wir das hin ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag noch gutes gelingen am Montag und danke für das Verständnis dass ich aussetzen durfte Dienstag Mittwoch Donnerstag und Freitag jetzt geht es aber wie gewohnt weiter in mir ist langweilig ich kann ja nicht mehr die Decke angucken wirklich ich muss hier irgendwie ein bisschen was machen sonst sonst gehe ich geistig fester und dafür bin ich noch zu jung um mich geistig festsetzen zu lassen das kann ich nicht mit mir machen alles aber gut ich überarbeite mich nicht da braucht euch keine Sorgen machen das ist auch keine anstrengende Arbeit das muss man ja so sagen Trading ist nun wirklich nicht anstrengend also würde ich jetzt mit keine Ahnung 500 CFD jetzt hier drinnen rumfuchteln und anfangen zu scalpen das würde mich wirklich überlasten in der aktuellen Situation aber auf einen Chart zu kommen und zu sagen was ich sehe also ganz ehrlich das ist ja das macht mir Spaß aber definitiv strengt es mich nicht an ja auch wenn da manchmal der falsche Eindruck da ist aber das strengt mich nicht an ja wirklich das sind die Kommentare die manchmal kommen anstrengender also Freunde ich mache hier aus wünsche euch Spaß gutes Gelingen wir hören uns morgen wieder bis dahin tschüss aber diesmal auch wirklich morgen bis dahin bis dahin